Die Versammlung, die für den Rathausplatz in Kempten vonseiten der Stadt Kempten genehmigt worden ist, beschäftigte sich mit dem Thema Grundrechte in Zeiten der Corona-Pandemie. Der Veranstalter bzw. der Leiter der Versammlung hat diese heute früh gegen kurz vor neun bei der Polizeiinspektion Kempten abgesagt. Dem Versammlungsleiter, der bei uns angerufen hat und gesagt hat, dass er die Veranstaltung heute nicht abhalten möchte, hat es begründet, dass die Auflagen, die vonseiten der Stadt Kempten in dem versammlungsrechtlichen Bescheid gemacht worden seien, zu umfangreich seien und es ihm nicht möglich machen würden, diese Versammlung abzuhalten. Es gab noch etliche Personen, die heute an dieser Versammlung teilnehmen wollten, die von der Absage durch den Veranstalter keine Kenntnis bekommen haben. Die sind von Polizeikräften angesprochen worden, sind darauf aufmerksam gemacht worden, und dass die Versammlung heute nicht stattfindet. Zum Teil mussten Personen mit Platzverweisen belegt werden, die sich von der Örtlichkeit nicht entsprechend entfernen wollten. In einem unteren zweistelligen Bereich wurden Platzverweise ausgesprochen. Die Leute sind dann alle letztlich gegangen. Es hat die eine oder andere längere Diskussion gegeben, aber letztlich haben alle den Platz entsprechend verlassen, nachdem sie auch darüber aufgeklärt worden sind. Und zwar zum Teil mussten... Untertitelung des ZDF, 2020